Frage Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden, sonst, bitte ergänzen. Antwort Sonst habt ihr keinen Nohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Vom Almosen Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Nohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohnen im Verborgenen bleibt, und dein Vater, der auch das Verborgenen bleibt.